Hallo und herzlich willkommen zu olgasrock.tv. Wir sind hier im Zentrum Altenberg in Oberhausen und präsentieren euch eine Band aus Aschaffenburg. Die gibt es mittlerweile schon seit fast 30 Jahren. 1985 haben sie sich gegründet und man könnte sie quasi die Pioniere des Rockabilly nennen, nämlich Bopin B, quasi die Väter von Boss Hoss und Dick Brave. Und die spielen heute hinten auf der schönen wunderbaren Bühne im Zentrum Altenberg. Das wird denke ich mal ziemlich spektakulär. Wer die Band vielleicht schon mal gesehen hat, es wird akrobatisch und laut und lustig. Rockabilly vom Feinsten heute hier im Zentrum Altenberg, olgasrock.tv. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Musik Sie hat ein big ol' 58'4, sie always trompelt mit der Dellen auf dem Bord. Painted Rath mit her Rath-Hot-Wheels, a few stone-core und her heart's like steel. Musik 32'-Mos in der Dual-Lex-Torre, step on the pedal and fear the force. Holla, stoop up the big machine, see the past girl on a hot rock seat. Musik 3'-Mos in der Dual-Lex-Torre, step on the floor. Musik 6'-Mos in der Dual-Lex-Torre, step on the floor. Musik 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 Und bevor wir Bob in B gleich noch im Interview haben, kommen für euch jetzt hier unsere Konzert-Highlights, damit ihr natürlich wisst, was bei uns hier in der Gegend so abgeht. Los geht's mit Omas Zwergen. Am 14.11.2014 im Druckluft in Oberhausen, am 20.11. in Herne in der Flottmannskneipe, am 21.11. in Essen im Julius-Leberhaus. Kairo, die Indie-Rockband aus Oberhausen, spielt am 14.11. in Gelsenkirchen im Wohnzimmer, am 28.11. in Wuppertal im Hutmacher und am 12.12. in Oberhausen im Druckluft. Maybe She Will hat ebenfalls einen Termin in Druckluft und zwar am 17.11., vorher in NRW, noch am 15.11. in Osnabrück zu sehen. Apropos Druckluft, das Pressure Air Festival findet am 21. und 22.11. in Oberhausen in Druckluft statt. Mit Teil des Lineups sind Düse, John Coffrey, Tim Wantoll, The Dead Lovers und viele mehr. Ja, Nabel spielt ebenfalls in Druckluft am 26.11.2014 und am 4.12. in Köln im Underground. Maxim, zusammen mit Helen Kaiser auf großer Deutschland-Tour. Zwei NRW-Termine gibt's hier noch, am 29.11. in Bottrop im Saalbau und am 1.12. in Köln in Gloria, allerdings schon ausverkauft. Bob Mbi am 29.11.2014 in Köln im Underground, am 30.01.2015 auch mal wieder hier im Zentrum Altenberg in Oberhausen zusammen mit Creeping Haze. Und ja, einen haben wir noch, Polmann, der gute Mann, spielt am 2.12. ebenfalls im Zentrum Altenberg in Oberhausen und am 3.12. in Köln in der Kulturkirche, was glaube ich auch schon ausverkauft ist. Soweit zu den Terminen und jetzt, Ohren auf, jetzt gibt's noch was zu gewinnen. Leute, schaut es euch an. Das könnte alles euch gehören, was hier auf diesem Tisch liegt. Wir sind bei unserem Gewinnspiel angekommen und Bob Mbi haut richtig einen raus, beziehungsweise in Kooperation natürlich mit uns von Eurashock TV. Ihr könnt folgendes gewinnen von Bob Mbi und zwar zwei T-Shirts, ein T-Shirt für Mädels, eins für Jungs. Und dazu gibt es dann noch das aktuelle Album von Bob Mbi, nämlich Monkey Business. Das gibt's noch dazu und was ich sehr geil finde, das ist die Live-DVD. Die gibt's noch für euch dazu. Macht einfach mit, wenn ihr gewinnen möchtet, müsst ihr folgendes tun. Und zwar schreibt uns einfach eine Mail an gewinnspiel-at-olgas-rock.de oder aber kommentiert ganz einfach auf unserer Facebook-Seite unter dem Beitrag. Einfach schickt einen Post und zwar mit eurer Begründung wollen wir von euch haben. Eine Begründung, wieso soll das alles euch gehören. Wieso müsst ihr das auf jeden Fall haben. Macht mit, viel Spaß dabei. Ich glaube, das ist wirklich mal ein richtig geiler Preis. Also, zwei T-Shirts, Album von Bob Mbi und die Live-DVD. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Leute, Tag zusammen. Bob & Bee sind da. Hi. Jungs, erst mal schön, dass ihr hier seid im Zentrum Altenberg. Ich glaube, ihr wart vor einem Jahr ungefähr hier. Ungefähr, ne? Könnt ihr euch daran erinnern? Ein bisschen länger, weil er war noch nicht dabei. Genau, da kommen wir gleich noch zu. Ihr habt mich ja vorhin ein bisschen ertappt und zwar dachte ich, ihr wärt schon im Jubiläumsjahr, aber wir haben das vorhin richtig gestellt, ihr seid im Prä-Jubiläumsjahr. Ja, 1985, Bob & Bee gegründet, 29 Jahre, das ist mal eine krasse Hausnummer. Ja, wir wissen es auch nicht, wie es passiert ist, aber es hört einfach nicht auf, es geht immer weiter. Keine Ahnung, ja. Passiert halt. Ja, manchmal ist man wirklich selber so ein bisschen, da denkst du dir so 29 Jahre, also ich weiß nicht, wie es den anderen geht, die das schauen und hier so in der Band, aber manchmal denkst du gar nicht darüber nach, was für ein Zeitraum 29 Jahre sind, wenn die einfach so passieren. Und dann schaust du zurück und denkst dir, mein Gott, 29 Jahre ist unfassbar lang eigentlich und dann auch noch für eine Band. Der Golo hat da, glaube ich, auch gerade einen Beitrag, der lehnt sich so rüber, vielleicht, Jan, möchtest du dem Golo gerade mal... Warst du da schon geboren eigentlich? Ehrlich? Oh, dann, aber gut gehalten, der Jan, würde ich sagen. Behalte den, der haut ab nach Berlin, haltet den lieber. Ich glaube, von 29 Jahren konnte ich, glaube ich, aber noch nicht sprechen, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist wirklich so der Punkt, wo man es merkt, wenn man mit anderen Leuten zusammenkommt und dann sagt, was gibt es euch von 85, da bin ich geboren worden. Und die stehen dann vor der Bühne und das ist schon witzig, also. Ja, ist aber schon mal cool, oder? Ja, klar, ist cool. Was sind so die Highlights aus 29 Jahren? Ist ja so die Frage, die ihr wahrscheinlich heute zum ersten Mal gestellt bekommen habt. Was ist so das? Das Highlight, finde ich, ist, dass es uns nach 29 Jahren immer noch gibt. Finde ich jetzt mal. Also mit diesem ganzen Monkey Business, wo wir uns bewegen, ist das schon mal eine coole Hausnummer. Und dann gibt es einzelne Konzerte oder halt eigentlich fallen ja immer, bleiben mehr die doofen Sachen in Erinnerung. Die schönen Sachen, vielleicht weißt du das selbst, die machst du und die hakst du ab. Das war cool, das war super. Aber über was wirklich was Scheiße war, da redet man wochenlang später noch Jahre noch drüber und solche Dinge. Und das wäre? Das muss 1990 gewesen sein. Die genauen Jahreszahlen verschwinden bei so einer langen Zeit. Und wir haben auf einem Rockabilly-Festival gespielt und waren irgendwie Überraschungsgast. Irgendwie hat es auch keiner wirklich gewollt und gewusst und so. Und vor allen Dingen nicht gewollt. Und gehen auf die Bühne und nach 30 Sekunden, wir haben alles falsch gemacht, was man in diesem Zusammenhang falsch machen konnte. Aus unserer Sicht nicht, aber aus Sicht des Publikums. Und nach 30 Sekunden kam es zum Eklat. Es flogen Flaschen und mehr oder weniger das Konzert wurde abgebrochen. Und es gab richtig Alarm. Also es war echt Action und so. Und wir mussten mehr oder weniger fluchtartig den Ort verlassen. Und haben dann die Nacht nicht wie geplant auf dem Fußboden in der Musikerwohnung gepennt, sondern haben uns sozusagen verpisst und haben auf dem Parkplatz im Lkw geschlafen. Und waren so echt ein bisschen down. Und kommen nach Wolfsburg und haben damals am nächsten Tag ein Konzert in Wolfsburg gespielt und haben dort den Typen kennengelernt, der dann drei oder vier Platten mit uns gemacht hat. Und sozusagen am nächsten Abend haben wir dann einen Plattenvertrag gehabt. Ach. Und das war eigentlich schon so, wenn man das so, ja das war so ein extremer Spaß. Oder wir haben mal in Beckum, glaube ich, in der Schule gespielt. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Da waren 20 Leute da. Und eine davon war Redakteurin bei Harald Schmidt. Wie Version, wie Version Stefan Raab damals. So hat euch bringe ich in die Sendung. So, aber jetzt sind Sie endlich hier den ganzen langen Weg aus Aschaffen, wo uns hier nach Köln kommt. Hier sind Sie wie Hans-Weil und uns im Rotterbilliger sind. Woppel in Wien. Hi. Mein Gott, Matthias. Eins, zwei, drei. Hi. Hi. Jetzt nochmal, jetzt habe ich wieder vergessen. Didi. Didi, ja. Thomas. Haben wir noch Stühle für die? Ihr habt einen neuen Sänger. Ja, hat es lange gebraucht. Ich meine, ihr wart ja vorher dann wirklich sehr, sehr lange Zeit in einer anderen Formation, bis man sich so, ja, bis man sich so dran gewöhnt hat. Also, wie war es? Wenn du jahrelang jemanden in der Band hast, in der Band in der festen Konstellation hast, und dann wird jemand nicht ausgetauscht, sondern es kommt immer ein neues dazu, ich meine, all das geht. Und das ist immer für Fans komisch und blöd erst mal. Es wurde groß angeseinigt, das muss man sagen. Wir waren mit Michael, das ist praktisch unser vierter Sänger, Sebastian ist jetzt der fünfte in diesen 29 Jahren. Das ist so der einzige Posten. Also, bei uns sind die Sänger wie die Schlagzeuger von Spinal Tap. Bitte? Immer explodiert. Verschwinden halt oder sonst irgendwas. Nein, aber der war 17 Jahre jetzt dabei. Das ist natürlich eine lange Zeit. Wir haben ganz viel erlebt. Und einen Großteil unserer Fans heute, wir haben ja 2004 einen großen Popularitätsschub gehabt durch das Album Bob Around the Pop hieß es. Genau das in der Zusammenarbeit mit Dick Brave und Sascha praktisch. Und so waren wir auch in Charts damals. Da haben wir sehr viele neue Fans bekommen. Und die haben uns alle natürlich nur mit Micha gekannt. Und da gab es dann ganz viel vorher, wie wir publik gemacht haben, dass Micha aufhören will. Ach, danach geht ja gar nicht mehr und Micha kann man nicht ersetzen, bla bla bla. Und für uns war es aber klar, natürlich, man kann jeden ersetzen. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei ist, wollen wir es? Das war die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Und als wir dann sicher waren, wir wollen das weitermachen, wir wollen einen neuen Sänger haben, dann ging die Suche los. Und als wir ihn gefunden hatten, war es für uns klar, natürlich läuft das. Weil wir haben das für uns gleich klar gemacht. Wir müssen das ganze Jahr mit ihm unterwegs sein. 180, 190 Auftritte spielen, tausende von Kilometern im Bandbus eingeschlossen sein, Hotelzimmer teilen, Backstage-Räume teilen, Interviews führen gemeinsam. Und das muss für uns klappen. Und wenn das für uns klappt, dann ist das für alle anderen da unten auch okay. Und es gibt wirklich nur, wir haben jetzt ein Jahr gespielt miteinander, das sind jetzt so knappe 200 Auftritte. Und da gab es, sag ich mal, vier Leute, mit denen ich gesprochen habe, die mir hinterher gesagt haben, nee, es geht ja gar nicht. Und das muss ich gar nicht. Is das machen? Also euer aktuelles Album ist Monkey Business, da wart ihr sogar ziemlich erfolgreich mit. Ich hab mal nachgeschaut in den Independent Charts, da wart ihr ziemlich weit oben mit. Also das ist vor allen Dingen, ich sag mal, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, aber vor allen Dingen mit dem Musikgenre ist das ja dann wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Hat euch überrascht, dass ihr da so erfolgreich mit wart? Das war jetzt nicht das erste Mal. Also mit dem Album vorher waren wir da auch ganz gut vertreten. Also ich sag mal so, auf der einen Seite ist es überraschend, weil wir an sowas gar nicht denken. Also wir machen halt das Album, wir versuchen das alles so gut zu promoten, wie es geht. Und wenn du dann aber so eine Rückmeldung bekommst und so eine Bestätigung, ist das natürlich eine coole Sache. Auf der anderen Seite, wir machen das eben wieder diese 29 Jahre, wir machen das schon ewig. Und wir sind einfach ganz vielen Leuten jetzt schon ein Begriff. Also jeder, der ein bisschen Ahnung von Musik hat und sich ein bisschen für Live-Musik interessiert, für Live-Geschehen in Clubs und in den ganzen Veranstaltungen und Sachen, der kennt natürlich Bob & B. Und entsprechend hören die Leute dann auch mal hin, wenn es ein neues Album gibt und dann kriegst du halt auch, wenn das Album dann auch noch gut ist, wie dieses, dann kriegst du halt auch diese Rückmeldung. Wie sieht das nächste Album aus? Wie weit seid ihr? Was ist geplant? Wir haben an Grün gedacht, aber... Ja, wir arbeiten halt jetzt, wir arbeiten massiv im Proberaum und arbeiten neue Songs aus, neue wilde Schau werden wir ausarbeiten. Tag und Nacht. Ja gut, wie gesagt, ist jetzt in der Mache und wir machen uns Gedanken, sitzen im Proberaum, grübeln, trinken Bier und überlegen, was machen wir am nächsten Tag, ne? Jungs, es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart, war mir ein Fest, Bob & B, ladies and gentlemen, und euch noch einen schönen Abend heute. Danke. Ihr habt ja noch viele, viele Gigs dieses Jahr in der Pipeline. In Berlin vielleicht. Ja, genau, sagt mal Bescheid. Berlin, 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 Berlin. Hat eins gefällt. Jungs, habt Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Bob & B. Ciao. Oh, this has gone more far too long. The fever changes going on Gonna make it wheel all round The piece to piece we've been stayed Don't fade, don't pass the dead The fever rising up inside, 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 inside Oh, it's a gaggle reaction It's the fate of a doctor You gotta get some back to the now Oh, it's a long, dear cunt! It's a gaggle reaction It's the fate of a doctor You gotta get some back to the now Oh, it's a real, so... Knutchen! I got that up You gotta bring up Planet costume position Weezer have from up above We gonna have this thing go up You'll have to pull your wings Oh, oh It's a kind of cool reaction It's the fatal adhocte We gotta get some right, and It's a low decay, it's no tomorrow Oh, oh It's a kind of cool reaction It's a fatal adhocte We gotta get some right now Hey! So, das war's auch schon. Unsere Sendung ist vorbei, olgasrock.tv sagt auf Wiederschauen für heute. Hat Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Heute im Zentrum Altenberg mit Bobin B. Geile Band, ich denke mal, da haben wir euch überzeugt in Sachen Rockabilly. Die Jungs haben es wirklich drauf. Hat Spaß gemacht und wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.